Hallo und herzlich willkommen bei NX Games AP, wir spielen heute Resident Evil Revelation, der zweite Part von der Kampagne und es geht auch schon los, viel Spaß, fortsetzen natürlich. Hey, no one's saying Chris is dead. Alright, then let's find him already. You hear that? Was that the lock? I'll check it out. Okay, I'll see what I can find here. Copy that. I'll radio you if I pick up Chris's trail. Nach Chris suchen, natürlich. Wir suchen natürlich nach Chris. Aber ich muss nachladen. So, runter. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht rein. Ah, doch. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt. Okay, da komme ich, glaube ich, nicht lang. Nee, da komme ich nicht lang. Eine Sackgasse. Jetzt gehe ich nach oben. Da ist ein Kraut. Nehmen wir mit. So, da lang. Okay. Okay, so. Da ist nix. Gucken, was da ist. Da ist auch nix. Nee. Ähm. Oh, da sind... Kann ich reingucken. Da ist leider nix drin. Da... auch nix. Oh, shit. Oh, krepier doch! Okay, der hat keine Waffen... äh, keine Munition. Kann ich da gucken? Nee, der kann ich nicht. Da ist auch nix drinne. Da auch nix. Okay, meine letzten acht Schuss. Kann ich da irgendwas gucken? Nee, da kann ich auch nix gucken. Da ist nix. Da ist leider nix drinne. Da ist leider auch nix drinne. Hä? Okay, da kann ich leider nicht weitersuchen. So, da ist auch nix. Jetzt gehe ich da rein. Okay. 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 Okay, da brauche ich irgendwas. Ähm, nee. Ich glaube, ich brauche n' Schlüssel. Ja, natürlich. Ich brauche n' Schlüssel. Weiter. Ja. Ja. Ich komme. Ah, shit. Schnell gucken, was da drin ist. Okay, da ist Munition. Sehr gut. Oh, da sind zwei. Warte. Ah, das bringt nix. Scheiße. Ah, shit, 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 shit. Krepier du. Krepier. Okay. Okay. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Untersuchen. Okay. Okay, die hat anscheinend gar nix. Okay, da ist Munition. Nehmen wir mit. Ähm. Nehmen wir das. Scan. Okay, da ist ein Objekt. Schlüssel. Ja. Sehr gut. Ich konnte nichts auf der Frau finden. Aber ich fand es... Okay. So, mehr dürfte da nicht sein. So, ich hoffe, da kommt jetzt keiner. Aber das sehe ich nicht. Da kommt einer. Schnell, 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 schnell. Man. Okay. Die brauchen schon ein paar Schüsse. Mit Parker treffen, ja. Warte mal, komm ich da rein. Okay, das ist offen. So, nehmen wir das. Blendgranate. Handgranate. Oh shit. Mal lachen nach. Oh man, die halten ziemlich viel aus. Ich muss mich erstmal heilen. Ähm. Ähm. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Scheiße. Also, das wollte ich jetzt gar nicht. Ich glaube, die hätte ich gebraucht, die Granate. Ach so. Ja, okay. 16 Schuss. Reicht. Aber wie renne ich jetzt? Okay. War das nicht zu? Vorhin. Ich glaube, da komme ich immer noch nicht rein. Nee. Also, ich muss da durch. Oh shit. Ah, lad doch nach. Komm. Mann. Wirklich, die halten sehr viele aus. Okay, wir gucken jetzt. Da muss doch irgendwo irgendwas drin sein. Nee, scheint nicht so. Okay, der hat nichts verloren. Da oben ist auch nichts. Da ist leider auch nichts. Ich glaube, hier war noch einer. Schnell nach. Ja, sag ich so. Ah, verschossen. Mann. Okay, hab ich. So, ich muss jetzt zu Parker. Oh shit. Da war auch nur einer. Oh shit. Ich hab keine Munizu mehr richtig. Oh shit. Nein, 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 nein. Okay, hab ich. Sehr gut. Okay, hab ich. Und Munizu habe ich keine mehr. Shit. Ich muss jetzt runter. Ich muss jetzt runter. Auf jeden Fall. Ich muss jetzt runter. Da durch. Okay, hier ist nichts. Chris. Ähm. Okay, Schlüssel habe ich. Sehr gut. Chris. Chris? Was ist das? Was ist das? Oh, großartig. Was ist das? Oh shit. Oh shit. Oh shit. It's a trap. Ah, Ihre. Oh shit. It's time you learns the truth, Ms. Valentine. Episode 1. In die Tiefe. Ende. Sehr gut. Jetzt geht es weiter. Wird gespeichert. Ok. Erstmal kurz safen. Natürlich. Speichern beendet. Zurück. Weiter. Resident Evil Revelations. Episode 2. Doppeltes Mysterium. Doppeltes Mysterium. Doppeltes Mysterium. Ok. Der kann immer noch nicht rennen. So. Wir müssen da hin. Wir müssen zum Flugzeug. Zur Absturzstelle. Kann jetzt mal ein bisschen rennen? Ne, kann nicht. Ich. Jesus. No one could have lived through that. Ok. Runter. Investigate the site. Let me know if you find anything. Ich denke. Ja. Ich muss die Stelle untersuchen. Ok. Da ist nichts. Hier. Ist da. Gucken. 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 Es ist was drinne? Er ist nichts drin. doch da liegt irgendwas ich hoffe ich habe jetzt nichts übersehen keine waffe ein messer die medikett medikett munition was hier auch munition sehr gut noch was so dass nichts drin ach wir sollen es noch weiter durchsuchen ja habe ich jetzt irgendwas übersehen geht es habe ich da komme ich nicht an da ist auch noch eine kiste da ist munition da war irgendwas großes drinnen das habe ich okay können wir jetzt gucken okay ich hoffe jetzt können wir weiter ich habe doch eigentlich schon alles angeguckt eigentlich da komme ich nicht ran ach man ja was soll ich da noch gucken ich sehe da nichts nee ja das ist gleich das habe ich schon schon angeguckt aber sonst okay da ist auch noch ein da komme ich nicht hin und schlüssel kommen wir nicht weiter ja kann ich wechseln nee kann ich nicht hat der zu welchen schlüssel nee okay okay da liegt auch kein schlüssel ich glaube da liegt also hier liegt kein schlüssel ein Ja. Okay. Ich glaube, ich komme trotzdem nicht weiter. Ja. Ohne Schlüsse kommen wir hier nicht weiter, ja. Aber hier liegt kein Schlüssel oder sonst was. Okay, da kann ich nichts machen. Da hängt auch nichts. Nö. Da ist auch nichts drin. Auch nichts. Warte noch mal hier lesen. Lesen. Äh. Nee, da ist auch nichts hilfreiches. Da komme ich nicht hin. Ja. 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 Ach man. Und die steht da einfach nur rum. Ja. Nee, nicht wirklich. Ja. Ja. Voll vergessen. Dass Christian das auch hat. Oh man. Ja. Objekt gefunden. Ja. Flugplan. Fahnen. Durch die Mine. Das hätt er mir ja gleich sagen können, dass er dieses Teil auch hat. Ich komme. Ja, beähre dich. Okay, so. Oh, shit. Okay, nehmen wir die schnell. Oh, shit. Oh, shit. Ah, man. Okay, danke. Sehr freundlich. Okay, der hat nichts. Ne, nachladen. Auf jeden Fall. Äh. Munition. Wichtig. Oh, shit. Der hat mich noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist der gleiche Weg. Ja. Ah, nein. Wo ist er? Was ist er denn? Hallo. Shit, ich habe keine Munition mehr. Okay, müssen alle recht. Okay, hast du. Danke. Okay, schnell Waffe wechseln. Nachladen. Jetzt kann ich die nehmen. Okay, plus zwei. Rüber. Oh, shit. Okay, sehr gut. Bov-Falle. Okay. Sehr geil. Nachladen. Okay. Okay, da komme ich nicht hoch. Ah, shit. Oh, shit. ok shit maan hast du ah shit man maan wo ist der eh maan ok müsste tot sein sehr gut medikit ja nehmen wir mit nehmen wir die bovfalle mit äh achso das war's ja weiter na los kommmon renn weiter medikit nehmen wir pistolen motion bov nehmen wir auch bovfalle was da ich kann nicht mehr mitnehmen voll kann denn nicht rennen oh shit oh man das war mir so klar das wollte ich jetzt gerade gar nicht mitnehmen aber ich muss stehen maan mir fehlt noch ja wo ist der Ja. Ja. Ah shit. Wie kommt denn da? So. Ok, kommen noch welche? Oh fuck. Mann. Alter, wieviel kommen denn da? Schieß doch mal. Wie soll ich das? Mann, lad, na. Ich... Alter, lad doch nach, Mann. Wirklich. Kannst du standen? Danke. Ich bin okay. Durch die Mine, ja, natürlich. Ok, ein Kraut habe ich nicht mehr. Ich muss da lang. Hoch. Da lang. Ich bin... Ich bin... Jetzt nicht mehr so. Ach ja. Ich bin echt nicht mehr so. Wenn ich bin. blesse... Das ist Forkball. Was hast du gesagt? Ich habe Jill und Parker auf die Mediterranien mit Faulty Intel, aber jetzt habe ich Kontakt mit ihnen verloren. Ich habe nicht gehört von ihnen. Wie? Was passiert? Chris, du hast besser gesehen. Oh shit. O'Brien, du wirst das nicht gefallen. Wir haben die Veltro-Crest gefunden. Die Geschichte der Resurrecke sind wahr. Wenn das passiert, dann... Dann hat Jill und Parker... Es war alles... Ja, ich würde es garanteen. O'Brien, wir gehen nach Jill und Parker. Ich hoffe, das ist kein Problem. Nicht überhaupt. Mach deinen Weg in die Mediterranien und wir werden dich gepostet. Hast du eine Idee, was passiert? Wir haben es später. Wir müssen gehen. So meine Freunde, das war der zweite Part von Resident Evil Revelations. Wir sehen uns im nächsten Part. Next Games Rp ist raus. Haut rein. Bis dahin. Was wird ein Einmal.